Sie sehen gut aus, sie sind muskulös und sie sind künstlerisch begabt. Sie möchten den Frauen geben, was sie wünschen. Sie würden sich auch die Haare auftupieren oder die Fingernägel lackieren, wenn es so gewünscht würde. Sie sind Meister ihres Fachs und liefern stets Präzisionsarbeit. Sie lieben die Natur und sind bereit, selbst schwierigste Aufgaben anzupacken. Sie sind Experten in der Kunst, ein Mann zu sein. Doch gelegentlich kommt es auch bei den Experten zu leichten Turbulenzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017